Waa? Kein Plan noch. So. Ah! Die 34! Die 86 die Brot? Lass ich mich wieder zurückräumen? Äh... Unmoment, Frau Verbor? Ja, in einer Runde, oder? Wenn die Pitstops vorbei sind. Also, falls jemand pittet. Ich weiß es nicht. Äh, es bitten alle fast. Hallo, ganz ruhig! Alle da draußen! Ja, dankeschön! Ja, bei mir gehen sie hier fast rein. Also ich... Oh ja, Rikki! Ich hab nix gemacht. Ich bin nur in der Gruppe. Der meint die Nummer 45 anzukommen, und mich voll wegzulassen. Oh, Mann. Ich kann da nix für. Ich brauch echt viel Schokolade hier, sonst halt ich das nicht aus. Ich kann da echt nix für. Nicht so viel After 8-Klon. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Position ich hier einnehme. A21 schonmal. Reicht schon, danke. Ich muss 45, wenn ich... äh, äh, geh weg da. Oh ja! Komm mich mal! Dein Auto sieht ja auch schon scheiße aus meiner Seite. Mein Auto? Ja, weil die K.I. nichts schrottet. Ich mach nichts. Also ist... äh, fertig. Fertig. Underscore. Black. Nummer 7. Pass. Ich seh das Pace-Car. Nee, ehrlich. Ich auch. Ich auch. Ich auch. So. Welche Farbe hat's denn? Rot. Übrigens, bei mir ist es grau. Bei mir ist es auch rot. Rot. Roter, schwarz, eins vorbei. Ist wieder im toten Winkel. Ja gut, ich sehe ja auch ein schwarzes Pace-Car. Hinter dem roten. Allerdings. Da sieht mein Auto aus. Ach, geht. Nö, haben sie schon wieder repariert einigermaßen. Aber das Heck haben sie schon wieder rausgezogen. Jetzt geht der Oregon rein. Idiot. Du kriegst eine schwarz-orange Flagge. Schwarz-orange? Den gehst du bei der Formel 1. Wenn du, äh, früher, ich weiß nicht ob's die immer noch gibt, aber schwarz mit n' orangen im Kreis drinne. Gibt's die noch? Du bist schon eingegeben. Weiß ich nicht. David, was hast du gesagt? Ich glaub, die gibt's noch. Die schwarze und orange im Kreis drinne? Ja, ja, ja. Ja, die wird nämlich, die wird nämlich geschwankt zu einem jemanden, wenn er, äh, zu gefährlich ist für andere Leute. Das heißt zum Beispiel, dass sie einen Heckflügel ab ist oder sonstiges. Oder Bump-Drafted. Glaub er nicht, das geht wirklich, ne? Das war nicht in der Formel 1, aber in der GP2. Hast du die Blätter gehabt? Ja, ja. Voll hammergeil. Ach, und Eddie? Komm mal ganz kurz. Ja? Äh, du schreit dann, wenn ich dich klieren soll. Ich hab's schon eingegeben. Ich muss ja nur noch Enter sein. Ja, kann's jetzt machen. C! Ja, jetzt noch nicht, oder? D! Ja. Öko, du hast dann F vergesst. E. F. Achso. Ich weiß nicht, dass Alphabet nicht. Wieso rundes Grün, oder? Dieter, bist du noch da vorne? Wie rückwärts willst du das machen? Z! Bisse, fängst du. Epsilon. Haha, das hat aber lang gedauert. Haha, das hat lang gedauert. B. V. V. U. 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 T. S. Ah, ok, jetzt. R. 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 Ah, warte. R. B. W. R. 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 Das hat er gestimmt, ich konnte nichts lesen, kann die wissen. Die KI. Ja die KI, hören wir einfach rein. Die bremsen auch in die Kurve. Michael, du bist bereit... Alter, ich bin auf Platz 13? Wie geil ist das denn? Echt? Ja. Wie hast du das geschafft? Wenn du viel Schokolade brauchst, soll ich dir noch... Nein, keine Milka aufmachen. Geil, jetzt schreibt er hier schon einen Zettel. Nein, will ich aber nicht. Ich soll den Gruß von David sagen. Nee, er hört mich ja, aber ich verstärke auch was. Ja, dann grüß mal von den ganzen Spinnern hier, würde ich sagen. Ich soll dich von den ganzen Spinnern grüßen. Zurück. Danke. Danke. War das? Zurück? Der Gruß oder der Spinner? Beides wahrscheinlich. Beides, genau. So. Wie hier, kannst du jetzt hingehen? Super, danke. Ja? Ja. Hast du gemacht? Hab ich gemacht. Nachdem ich dann eine Sekunde Ruhe hatte als Sonde... Oh nein! Ich wollte an dir vorbei, aber ich hab nur noch mal... Ich hab Angst! Ich hab auch Angst, weil die Nummer 9 hier anrauscht wie sonst was, Alter. Alter! Alter! Keil, du behinderter Hundes... Scheiße! Alter! Alter! Ich glaub mein Lenkrad ist die Katze ausgeliefert. Haut der mich einfach weg, ey! Oh! Ich war auf Platz... Alter! Wer ist das denn? Future Row! Alter! Eieieieieieiei! Eieieiei! Ok... Eiee, mir auch scheiß egal gerade, ich bin so nervös hier gerade. Ja... Ja! Hau ab! Achso, das warst du, Eddy. Das ist weg! Hehehe! Meine Fresse, ey! Da kannst du ja gar nichts machen! War der jetzt wieder aus dem Vorblick, oder? Vor Turn 3? Ha? Was hast du? Vor Turn 3? Vor Turn 3? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Habs gesehen, okay. Alter, wenn der vorne... Ich war schon so weit vorne, ne? Aber da kannst du ja kein vergessen. Die hauen dich da zur Seite, die nehmen gar keine Rücksicht. Ja, ja. Müssen wir den nächsten Mal auf 80 die KE stellen. Ja, dann... 55, dann weiß ich, glaube, den haben wir ja, oder? Ja, wenn du schrott bist, nicht, Dave, dann geht's. Dann guck, ein wenig hätten auch gereicht. Klasse, dass die KE eine Ramp in der Probe, ey. Ja, ich bin. Ich wollte jetzt auch was besprochen. Ja, 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 hast du mich gesehen, wäre ich nicht, äh... Äh, kalt ausgewichen, ey. Weil wir hätten da reingeschabbert einfach. Nee, ich war grad in den letzten Runden irgendwie verwirrt. Ich bin auch nicht so... Ja, irgendwie neben der Spur gefahren, falls ich gemerkt hast. Sorry, Alter. Von Platz 12 auf 25 wieder, ey. So ne Wichse, ey. Und das mit drei Gängen, ne? Ja, echt? Aber auf 12 hoch? Nicht schnell. Aber die sind ja echt hammerhart da gewesen. Wie sehen meine Reifen aus? Ja, geht. Wir könnten jetzt Glück haben. Wir könnten jetzt gerade in die Distanz eines Schuhlmeidetrays kommen. Okay, just paint yourself here a little bit. A lot of these guys are coming back to us. Nice and easy, just keep doing what you've been doing. Eddie, die hauen uns gleich wieder voll weg, ey. Glauben wir. Na. Der Schlimmste ist ja aus dem Rennen. Genau. Wie ist eigentlich schon alles raus? Äh, gucken wir mal, warte mal. Was ist da? Ja. Achso. Das war gut, Eddie. Das Schlimmste ist aus dem Rennen. Wir sind alles raus. Batista. Also ich hätte jetzt an Mark Martin gedacht, aber... Okay. Nee, Mark Martin hat mich in Ruhe gelassen bisher. Oh, er hat dich in Ruhe gelassen. Tatsächlich. Ja, mit Dings hatte ich auch noch nicht so viel zu tun. Mit Boya. Stimmt, das ist Deiner, ne? Mhm. Ist der hier mit drinne, Boya? Kann sein, dass er jetzt hier in dem Feld gar nicht mit drin ist. Ich guck grad mal schnell. Äh, 17 bla bla bla. Nein. Bla 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 bla. Nein. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Nö, der ist auch gar nicht hier drinne. Hahaha. Und das in Phoenix, wie geil ist das denn? Jetzt ist der behinderte Kyle Busch schon wieder hinter mir. Äh, pass auf, der Lande. Äh. Äh. Kyle, Alter, wenn ich dich in Vegas über Phoenix erwische, ey. Wow. Boah. Äh. Mirko? Ja. Äh. Kannst du mir dann in den USA einmal eine Kyle Busch Cap besorgen? Mit den ganzen Autounterschriften dann, wenn der... Ja, sag ich halt, ne? Cap kann ich mit Sicherheit besorgen. Und das, was an Unterschriften draufkommt, das, das hoffe ich ja so viel wie möglich. Und wenn, wenn, wenn... Ja. Ich hab's grad gesehen. Mach ihn, das wär's, ey. Machen lässt, wär ich dir auch noch sehr verbunden, wenn du mir irgendwie ein Die-Cast mitbringen könntest. Je nachdem, wie sich das preislich passt, äh, bequatschen wir gleich nochmal, okay? Ja, das können wir gleich nochmal machen. Preislich ist glaube ich immer irgendwie das Problem. Platzmäßig wird irgendwann problematisch. Naja. Es geht so allmählich ganz langsam auf die Hälfte des Renns. Und wir haben's ja auch gerade mal vor der 10. Ja, aber warum könnten wir jetzt nicht hier einfach unter Gabe reinfahren, ey. Das wär jetzt ein Traum. Wir unter Gabe reinfahren. Ja, hätten wir mal Platz 4 und 5. Ja, hätten wir mal Platz 4 und 5. Äh, ja, natürlich gibt's hier eine rote Flagge. Ja, hast du schon mal eine gehabt? Ich? Nö, hier nicht, natürlich. Ne, in dem Spiel hier nicht, ich meine, ähm, in der 2010er. Oder in der Inside Line. Äh, ne, natürlich nicht. Ich hab's eigentlich schon gesehen. Ja, hast du schon gesehen? Ja, hab ich auch gesehen. War das da so einer mit, äh, hier, Visa, der in den Bank rücken? Okay, hier, come your lap cars inside. It's gonna be a lot of chaos up front here. So just the rain. Alright buddy, get your feet off the front. Nein, der ist normal gefahren. Okay. Es gab nur einen Mustang Crash auf Valedi gefahren. Okay, da hab ich auch einen mit dem Mustang Crash gegeben. Aber da ist einer extra gegen den Verkehr gefahren und voll rein vorne. Eddie, der ist normal gefahren. Oh, Eddie, wir müssen hoch kurz hier. Geh mal hoch, sonst rammt der dich gleich. Stimmt. Das ist inzart. Jaja, wenn die da hervorkommen, ne. Das hat mich auch schon fast gerammt in Daytona letzte Woche. So, Cheater. Grabschenpacker hab ich vorhin. Dann mach einen guten Restart, dann kommen wir beide nach vorne und dann können wir Ritter uns lassen. Ich mach einfach einen Restart und du schaust, wie du hinterher kommst. Das ist der Teil, der mir Probleme macht. Das schauen wir wieder langsamer. Alter, Kai Busch, das wird jetzt scheiße werden. Ich krieg meinen Kumpel Kai. Doch, der nervt mich hier gerade. Der hat mich hier schon einmal geboxt. Der hätte auch mal wohl Bremsen latschen können, der Arsch. Jetzt siehst du, dass ich nur drei Gänge habe. Let's go get em. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh, das ging ja. Oh, come on. Ich bin noch nicht markiert. Ein Gaber kann nicht mit dem Korschen auf. Da konnte aber nichts für. Ich wurde einem beruhlten jetzt schon. Oh, Alter, was ist denn hier los, ey? Ei, ei, ei. Dave, warst du das? Nee, ich hab gar nichts gemacht. Ich bin vorne immer noch. Ach so, okay. Ich hab hinter ihm. Ja, genau, Danica, du behinderte Kuh, ey. Und rückwärts über die Ziellinie, Alter. Oh mein Gott, und tausend Leute reingefahren. Oh. Ey, bin ich durch zwei Crash durchgekommen und die behinderte Danica, die geht mir auf den Sack, ey. Pfff. Buddy, talk to me about your high ride. Danica, Danica. Okay, Pace Car ist Ausgang 4. Ja? Okay. Ja. Also hier. Ja. Ja. Ja, genau. Nicht nur 74 Runden. Ich hab dann halt meine Reifen noch gut aus. Das wäre das größte Problem. Meine Reifen. Meine Reifen. Ja. Ja. Unter Gelb muss ich sie nicht mehr wechseln. Ja, nee. Ich muss auch nicht die hier. Ich hab dann Panik ab wegen den Reifen. Nein, ich hab's die Pizze gemacht. Ich hab's die Pizze gemacht. Egal. Try again. Ich weiß nicht, wenn er wenig soll. Fahr raus, dann wird das hier sagen. Oder pass auf, wegen jetzt am Boxen Ausgang. Ich hab's die Pizze gemacht. Ja? Ich hab's die Pizze gemacht. Ich hab's die Pizze gemacht. Ich hab's die Pizze gemacht. Aber immer noch nur irgendwie drei KIs überrundet nur vier. Ja, wenn so viel die Caution ist, lässt sich auch nichts überholen. Nein, aber ich mein jetzt, weil wir hatten doch schon ein paar Big Bongs oder wie? Nee, weil hier macht man nicht so viel Schaden, kriegt ja nicht so viel Schaden. Achso, okay. Achso, und dann können die noch fragen. Practice hat mich in der Karriere auch voll gerammt, das hatte ich nur eine eingedellte Mühle. Eddy, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Gut. Ich auch gerade mit Mühle und Nord, Alter. Wir haben Grund zum Feiern, der blöde Räger, ne Frau. Die 43. Ja, 443. Äh, 34. Ja, mei ich doch. Ja. Ich rege grad Englisch. Yeah, Englisch-Sanguage, my favorite-Sanguage. Oh, by the way. Hey, wir hatten ja heute eine richtig tolle Englisch-Sanguage. WTW? Ja. Wir hatten also eine richtig tolle Englisch-Sanguage, ne? Wir sollten irgendwas mitbringen, was uns an die USA erinnert. Haha, Nesca. Genau. Richtig wild ist Nesca. Ich hatte leider keinen Zeitpunkt, das hätte ich jetzt mitgebracht, aber... Na, was geht? Leider haben wir keine Froh-Flinte-Sanguage. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh Gott, wir haben noch einen Elfter haben wir gleich. Ich weiß nicht, alle kommen von dem Elfter Redneck drauf, ne? Ne, ich bin in der Pitbox-Avonimisch-Legend-Sanguage. Alter, wir haben echt erst die Hälfte jetzt. Ich bleib eh mega lang, da muss ich jetzt. Kennt ihr Jeff Dunham? Nö. Jeff Dunham, yes. Jeff Dunham, yes. Kennt ihr, äh, Baba J? Den Redneck? Ja. Ah, ich bin auf dem Elfter in Frankreich. Ja. Ja. Hey, Leid! Nö. Ich hab das jetzt einen Redneck-Wirke immer halt. Nö. Nö. Töne Redneck-Wirke immer dran. Weg der für den Arsch. Hey Ricky! Und lass uns-Wir stehen. Steak, buddy. Line-up behind the seven. Was macht ihr da hinten? Was mache? Ich steh jetzt in der Box. Steht in der Box. Für etwas längere Zeit, ja. Deswegen bin ich nicht ohne Bestegen, weil ich mich eh nicht im Zeitpunkt bekomme. Wenn man die Zeit hat. Oh, ich könnte noch... Oh, ich hätte den Foto rausgekommen. Ich habe mich schon neben Mirko standen. Mirko, das hat mir ja nur Mirko, oder? Ich habe die Kussi-Hand gereicht. Leider war das Fenster weg. Bist du jetzt hinter mir, oder was, ne? Ja, aber ich bin noch auf der Lead Lab. Ah, hast du gerade noch geschafft eben, ja? Das hast du ja so geschrieben. Wie, warum er das geschafft hat, ey? Ich darf den bleiben länger, der Box. Du kannst doch auch abbrechen, falls er repariert, du weißt das, ne? Ja, aber ich lasse ihn ganz lieber reparieren. Nee, du kannst doch... Du fährst doch mal rum. Ja, egal. F9 leer. F9 Appellert. Nee, nee, F9 und leer, musst du drücken. F9 und dann leer. Aber erst drücken leer, wenn... Achso, okay. Und wenn du den einfach da während des Reparierprogramms da nein sagst, dann hört ihr auf sofort. Ja, okay. Und dann kannst du ja rumfahren und nochmal in der Box. Ja, ja, hab ich doch jetzt schon ein paar Mal gemacht heute hier. Dann seh ich schon zehn Runden zurück. Was ich überhaupt nichts gelohnt habe. Doch, hat sich. Bin auf Platz 23. Okay, gell. Immerhin, ich kann auch ab. Oh. Be ready. Hast du noch vier Gänge, ja? Hast du noch, ne? Ich hab vier Gänge, ja. Erstmal gucken wir. Weil manchmal wird das ja ohne haben, wenn ich da links lege. Nein! Oh, hab ich mich verjagt. Ich dachte, der dritte Gang wäre jetzt aufweg. Dabei war ich den auf einmal vierten. Du hast ihn zweimal gescheitert, dann war's. Ja, ja. Ich wollte gerade überholen, wollte scheiten, ne? Oh nein! Scheiße. Wilko. Was hast du? Ich hab, glaube ich, eine Lenkungskurve. Lenkungsproblematik, aber nein. Das ist scheiße, eine bei Linkskurve. Ja, das ist kacke. Aber mit Lenkung hab ich kein Problem. Ja, ich bin auch im dritten. Ne, ich hab drei nur. Die K.I. geht jetzt schon ziemlich ab, oder? Kann das sein? Ja, die geht ganz schön ab. Ja, die ist plötzlich voll stark geworden. Ansonsten war die mega schwach. Weil da hinten, da hat's dich doch jetzt überholt. Ja, die Doppel-Null da. Doppel-Null. Hab ich jetzt. Der Idiot-Orderdinger ist innen rein, meinte dann auch die Unregel-Null. Also der hat noch einen, der weiß, der ist noch einen, der überrundet ist. Ja, das ist ganz schön. Möko hat keinen, der Möko hat einen vierten Gange. Nein, da bin ich doch hier schon lang dran vorbei. Nee, perfekt. Danke. Aber du siehst ja hinterher das Video. Könnt ihr mal den Songstück am App-Camp, den können wir nicht hier einspielen? Ja, ja, das dauert es auch ein bisschen. Das ist der Dinger. Deswegen. Jetzt nächste Woche kommt der Estetona. Ja, nächste Woche kommt der Estetona. Achso, ja, im Fernsehen, ja. Nicht nur im Fernsehen. Das ist für euch nicht. Ja, ich wollte nicht nur, dass du mit vorbeikommst. Nee, kommt auch nicht. Ausserzüberschlagen. So musst du das jetzt mit einfachen. Ja, das wär's echt geil. Schön, einig, irgendwie. Möko, dann musst du mal gucken, ob es da in der Seite in das Weg ist oder was. Ich hab dich nicht verspielen. Ja, wir wollten doch sowieso in unserer Sportsbar gucken. Achso, ja. Mit einem fetten Burger. Achso, ich wollte das nicht. Ah! Ich weiß nicht, was du wolltest. Alter! Alter Schwede! Oh, geil, du Arsch! Hä? Wer war das? Alter, nein! Warum haben die so scheiße hier gebremst, ey? Denkst du, du bist hier in Dings oder was? Hier in Demolition-Lurby? Nein, aber die waren auf einmal, haben die gebremst, ey. Ja, weil da vorne ein Auto querstattet. Final Bush hat mich hier in der vierten Zeit. Oh, du quäimst, ne? Du quäimst, du quäimst wie Sau. Eddie. Wie bitte? Du quäimst wie Sau. Ja, ich weiß. Die Phoenix-Brennen sind zwei vollständig. Also, wir hatten am Anfang echt einen geil-Geneffekt waren von 20, 30 Runden, ne? Und seitdem ist irgendwie nur Geld. Ja. Ja, weil der Fall hier auf einer Seite auf der Startleine auf der Seite ist. Ja, klar. Schön, dass ihr jetzt... Nein! Das Feld kommt mir ja zusammen und Geld-Phasen produzieren mir Geld. Eddie, soll ich dir was sagen? Was? Äh, du wirst vor mir wieder ins Ziel kommen. Wieso was passiert? Der Motor ist weggeflogen, warum auch immer. Wie jetzt ist dein Motor weggeflogen? Ah, hat er das nicht überlebt die ganze Zeit oder was? Der Motor ist weggeflogen. Herrgott. Das kann doch nicht wahr sein, so ne Wichse, ey. Zwei Rennen, zwei Motor-Schill, ne? Ja, passt ja, ne? Alter, ey. Hugo, das passt ja. Hey, wir canceln die ganze Scheiße. Wir fangen mit Daytona nochmal. Ich ruhe nämlich mal wieder zurück, ne? Ob er auch mit dem Motor-Schillen soll? Ja, ey, weil ich aber gerade zu Eddie sagen... Warte. Ich wollte gerade zu Eddie sagen, ey. Meine Scheibe ist schon von dem ganzen Öl weg. Auf einmal hat's peng mein Motor im Arsch. Dein Öl hat mein Motor ge... Ach, schrottet, ey. Scheiße. Hat bestimmt den Kühler verstopft, oder? Ich würde es empfehlen, ja. Das qualmt echt ziemlich heftig. Ja, versuch nochmal zu reparieren. Aber es qualmt schwarz, das ist das Schlimme. Es qualmt weiß, es qualmt schwarz. Hä? Bei Eddie. Ich weiß nicht, sehr gleich. Wenn Schill kommt, ist es vorbei. Auf einmal wechseln sie bei dir noch die Reifen, ne? Wie gesagt, die Reifen wechseln sie ja noch bei Eddie. Mal gucken. Gucken, was bei mir ist. Zwei, eins. Ja, tot. Scheiße, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Ich wüsste vielleicht mal, ob es schwer wird. Es fing ja schon an mit dem scheiß vierten Gang, dass er weg wird. Ja, ich glaube, ich weiß noch, warum ich so langsam bin. Ja, sag an. Ich hab viel zu viel Benzin gekauft. Ja? Warum auch immer auf einmal? Ich hab 20 Runden über. Oder war da? Scheiße. Ja, fast 20, fast 20 Minuten. Eddie, reparieren sie dich noch? Ja. Ja, den kann ich hoffen, dass du noch weiterfahren kannst. Echt? Die reparieren die noch? Wie du deine Räder bewegst. Ja, mein Lenkrad wackelt auch gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hört hier. Es geht von alleine hier. Also, es geht von alleine? Ja, ja. Immer in der Box. Was ist das denn? Bei Baum? Keine Ahnung. Jetzt muss ich ja wieder Zuschauer machen, Alter, ey. Was ist das für ein Dreck, ey? Oh ja, Eddie fährt noch, gut. Also, ich werde 29er wahrscheinlich, wenn sowas aussieht. Gut, okay, ich geh mal in den... Replay-Modus. Grunso. Mirka, nächstes Mal lässt du den Junior fahren. Nee, der Junior war ja schon weg. Nein, nein, deinen. Achso, mein Junior, ja, genau. So ein Glück.